Hast du einen Schwein im Magen? Wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen? Bist du noch keine 18 Jahre alt? Bist du zu jung? Tut mir leid. Let's play together, Dead Island Riptide. Mit mir, dem Element, mit dem Hintergrund der Lapis, die auf Rüstungen rumspringt. Kann den Sam Hardy von hinten erschießen? Super. Und natürlich mit unserem Colonel Sam Hardy, der mit einem umgebauten Sexspielzeug versucht, Zombies zu erschlagen. Wieso? Er versucht sie nicht. Er ist ja hier in der Sicherheit. Wir müssen Zombies erschlagen. Ja schon, aber schau dir dieses Ding mal an, was er da so mit sich rumträgt. Das hat schon eine üble Optik. Ist egal. Wir waren ja ein langes her, wo waren wir als letztes? Als letztes sind wir in der Militärbasis gewesen, haben diesen Funksignal da abgegeben, haben dann mit diesem Idioten von ganz am Anfang auf dem Schiff wieder gelabert. Und der hat uns irgendwie erzählt, dass er da, der Colonel, einen auf Verräter macht und uns Scheiße erzählt und blau und keine Ahnung. Und auf alle Fälle müssen wir uns mit dem jetzt unterhalten. Und wenn ich das ganz richtig noch im Kopf habe, kommt als nächstes von dem, glaube ich, eine Belagerung. So schaut's auf dem Dach auf alle Fälle aus. So schaut's auf dem Dach potenziell aus. Da ist ja alles vorbereitet, dass wir da wieder so eine Horde abwehren, damit dann, keine Ahnung, ein Helikopter kommt oder sonst was. Und ja, das war eigentlich das Wichtigste. Und dann reden wir mit dem Horde und fragen, was es zum sagen gibt, oder? Ah. Okay, dann frage ich nochmal. Ja, das ist ja. Ich weiß nicht. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Oh. Und das war's. Ich bin ein Freund, richtig? Ich versuche uns aus diesem ganzen Land, all of uns. Und der einfach ist, dass wenn Serpo hier kommt, er ist nicht zu retten, diese Leute. Er will nur dich. Und ich werde das, wenn ich alle anderen sterben. Entschuldigung? Und das ist warum wir den Chopper von ihm nehmen. Christ, du wirst nie stopt schämt, wirst du? Wie werden wir das Chopper, wenn er nicht weiß, wo wir sind? Getting the attention ist der easye Part. Wir brauchen nur etwas auf dem Roof. Das ist etwas, das viel Schmerz und ist leicht zu kontrollieren. Du wirst über das, und ich schau dir den Rest. Es ist einfach, wir verbraten die Filme hier, sie sind klein und flammbar als all der Hölle. Das ist eine gute Idee. Besonders, weil es bedeutet, dass wir nicht außerhalb gehen müssen, um Dinge zu verbraten. Aber du musst uns Jacqueline zu verbraten, zu lassen, sie zu verbraten. Geht mit ihr. Oh, wieso sehe ich von meinem geistigen Auge, dass wir für die irgendwas machen müssen? Ja klar, mach mal. Also doch noch keine Belagerung. Ja, ja. Wir brauchen nur ein paar von diesen Reels, nicht alle von ihnen. Geh die Reels auf den Roof, so schnell wie du kannst. Ich will nicht den Chopper missen. Sag mir, wenn du bereit bist. Ich will dich dort treffen. Okay. Dann überheben wir sie halt. Diese Quest wird nicht in deinem Profil gespeichert. Ich weiß nicht, was los ist. Jacqueline, ich habe einen großen Favorit zu fragen. Das ist richtig. Du bist richtig. Natürlich. Entschuldigung. Ich bin entschuldigung. Ich denke immer, wie die Welt war. Und nicht, was es sich umgekehrt hat. Es gibt einige alten Genre-Filme in einer Box. Bitte, so viele, wie du brauchst. Gut an dir, Jacqueline. Du hast uns alle geholfen. Das ist alles. So sad. Sieht es? Die erste Casualität ist immer Kultur. Sieht es, dass du nicht mehr in der Box. Eigentlich stimmst. Aber richtig, richtig langsam hier. Das ist ja der Wahnsinn. Das haben wir da so ein paar Filmrollen durch die Gegend drückt. Lala, 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 lala. Naja, was lange wird, wird endlich gut. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Schneeieie! Ahja. Ich ah. Okay. Ohja. Ja, normales Bewegungsgeschwindigkeit. Oh ja, schön. Aber trotzdem, da herum muss irgendwann noch eine Belagerung schauen. Hier oben liegt der MG und, 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 und. Das ist ja prägestiniert dafür und überall da ist Strom und, und, ah. Guck mal, wo muss ich das jetzt absetzen? Wirklich hier? Ah ja. Ja, da. So, Rettung. Diese Quest bin ich in deinem Profil gespeichert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich zünde so. Ich hoffe es funktioniert. Oh ja, das ist jetzt die Belagerung. Na, oder? Seit wann lockt Rauch denn die Mistviecher an? Hab gesehen, davon haben wir hier nirgendwo eine Hortensymbol. Wieso hab ich irgendwie ein ungutes Gefühl? Wieso scheulst du den Strom? Hey. Ja. 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 Ah. Ich könnte mich ja ganz schwarz einschauen, weil wir haben in unserer Gang doch ein 1a Sänger mit dabei, oder? Da war doch was. Ja. Hier wären Leute da, aber ich weiß nicht ob wir da hinkommen, wo wir hin müssen. Ey, ich schau grad, wo's da hinten ist. Das ist hier oben, oder? Du kannst alles von oben sehen. Aber da kommt man nicht drüber. Nein, wir müssen nach unten. Bleib da, ich komme zu dir. In den Slums, wo jeder andere lebt. Also, 100 Meter in die Richtung. Ah, schon wieder... Bei denen ist es weder wie bei uns. Ah ja, zwei da geschehen, dann fangen sie mit anderen Schiffe. Zwei da geschehen, fangen sie mit anderen Schiffe. So ähnlich, ja. Hey. Sobald es nur so viel Wasser, fahren wir mal gar nicht lang, oder? Ich glaub nicht. Ich hör schon wieder was. Ich nehme mal die da zur Sicherheit mit. Ah ja, da sind sie auch schon. Hey Jungs. Und tschüss. Oh, das sind voll viele. Ich weiß auch, wo du bist. Ich bin oben. Du bist im Wasser, ich bin oben. Ich komm hier. Oh, Alec, ich brauch eine andere Waffe. Ich brauch eine andere Waffe. Ich brauch ganz schnell. Ah. Okay. Hat sich schon erledigt. Also... Festgestellt. Hammer. Nicht meine Waffe. Wir bleiben bei dem, was wir können. Und ich bin wieder auf dem Dach. Und bin schon wieder gestorben, weil ich runtergesprungen bin. Ach, geh. Das kann nicht sein. Was ist der? Lasst mich in Ruhe. Halts Abstand von mir, ihr Viecher. Das hat mich jetzt gerade richtig genervt. Ich bin gerade gestorben, weil ich schnell sein wollte. Und bin vom Dach runtergesprungen. Und das hat er nicht überlebt. Alles überlebt er. Aber das hält er nicht aus. Weißt? Genau. Nein, pass auf. Ich komme. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Und ich habe endlich wieder eine Waffe mit der, wo ich arbeiten kann. Komm, 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 komm. Da ist nichts. Da kann man da gar nicht hinterher. Müssen wir durchs Wasser. Wir müssen durchs Wasser. Oh Gott. Warte mal. Das regle ich von hier aus. Ja, mach einmal. Ich habe da auch noch ein bisschen was, glaube ich. Nein, ich habe doch nichts mehr gemeint. Ich hätte noch was dabei. Was ich allerdings komisch finde, ist, dass ich keine Hintergrundgeräusche habe von dir zum Beispiel. Das ist mir das nicht richtig. Irgendwie. Alles egal. Dann laufe ich den einfach mal um. Rette, Carlos. Wie ist das Carlos hier wieder? Nein, ich habe schon Rede mit Carlos. Den haben wir schon gerettet. Der hockt bestimmt irgendwo um auf. Wie üblich. Irgendes Stück halt doch, wo einer sitzen kann. Warte mal, ich sehe da was. Der ist hinten da. Der ist auf meiner Seite. Ich komme. Ja. Ah, gefunden. Ach, da oben sitzt er. Dann gehen wir mal hinauf. Reden wir nochmal mit ihm. Vielleicht erfahren wir ja etwas Wichtiges. Sohohohohohoho. Sind sie alle tot? Sind Sie sicher? Ja, das ist sicher. Danke. Ich dachte, ich hätte niemals aus hierher kommen. Hier, mach das. Sie brauchen wahrscheinlich mehr als ich. Wieder einmal. Danke. Danke. Jetzt haben wir jetzt 3.000 Kohlen. Finde ich auch nicht schlecht. Okay. Ist das da oben? Weiter, weiter. Da steht einer. Den laufen wir auch mal gleich um. Ah, da oben ist wieder Werkwagen. Die ist grob mit dem Arm in den Türspalten hängen geblieben. Oder was? Das sei so irgendwo da. Da ist noch einer. Oh. Das war zu hoch. Was tust du denn schon wieder? Ja, ähm... Selbstmord. So ähnlich wie ich vorhin, oder was? Mhm. Ich verstehe. Was? Ich bin nicht auf dem Dach wiederbelebt worden, sondern mitten im Wasser und unter dem Messer ist so ein Zombie aufgestanden. Ich habe eine Deadzone gefunden. Ich glaube, in der da waren wir noch nicht. Du willst das? Ah ja, da bist du. Passt. Nein, das war feucht. Nein, das war feucht. Nein, du bist richtig. Da bin ich. Ja, ja, ich habe bloß die feuchtige Waffe in der Hand gehabt. Na gut. Ich habe den Molotow geschmissen. Ist egal. Die muss einen Kohlen zerrissen. Ich weiß, dass das Wasser das wieder ganz schön... Weil er wieder überfordert euch. Irgendwie. Dreck. Wo war der? Da ist er. Äh. Siehst du das? Ja, ich habe es gesehen. Komisch, wenn ich meinen hier einen Schädel einschluckt, bleiben es meistens einfach liegen. Ich habe meinen mitten unter dem Sprung, der will ich. Deiner macht ne, ey, 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 ey. Ich muss sagen, ich glaube, wir waren wir ziemlich blöd. Wir hätten durchs Kilo vorn aus Siegesen und waren wir relativ schnell an der Bühne gewesen mit diesen richtigen Kope-Hoptik-Karten einigermaßen. Na, es ist egal. Dann läuft mal, wenn man außenrum ist und dann ist es so, dass man auch zu groß Druckkätten... Ja, das ist ja bloß eine harte Zombies, die unsere Leute fressen wollen. Du, da hinten hätt' man nur ein Dead Zone. Hä? Da hinten hätt' man nur ein Dead Zone, hast du vorher gesagt. Ja schon, aber auf die Dead Zone scheiß man jetzt nicht, weil wir haben so viele Dead Sons durch, ich hab echt kaum Bock mehr auf eine Dead Zone. Ich will da nicht rein, da sind wieder 5 Millionen Vieher, die wo genau ausschauen wie alle anderen Dead Sons. Bin ein bissel traurig über die Tatsache, dass wir so dumm gewesen sind und echt da hinten runter und jetzt um ihn und umlaufen müssen. Ich find's toll. Ja. Das wird ein Fall für einen Molli, werde ich mal sagen. Die stehen alle nur relativ schön auf dem Haufen. Oh ja, wo können wir? Okay, dann lauf ich zusammen. Flieg, schöner! Da, außerdem braucht man mir überhaupt kein Dead Zone. Schau dir das mal an, bei uns lang der Marktplatz. Mir geht's ja wohl so um die blauen Gegenstände. Nein, ich weiss schon. Da haben wir wieder Munition für die. Das war das gar nicht so schlecht. Da, vorne, hier. So. Wieso hab ich das unruhig gefühlt? Das wird total falsch sein. Weil unser Ziel jetzt mittlerweile 2 oder 22 Meter von uns weg ist. Ja schon, aber anders können wir nicht laufen. Wie soll man sonst... Ah, ich weiss wo wir sind. Ich weiss wo wir sind und wir sind total falsch. Halt doch nicht irgendwas auf, wenn du da runter schaust. Sonnenschirm... Meer... Das ist ein Stadtgebiet. Ich weiss schon, dass wir... Wo wir vorher falsch abgehoben sind. Das wäre... Vorher da bei dem Typen da... Sind wir bei ihm auf der Seite weitergegangen. Beim Kalos. Genau. Und auf der anderen Seite wär's aber auch weitergegangen. Ja, dann lauf mal wieder mal retour. Da, Old Town Cinema. Dass im Papa und ich eher Englisch reden, hab ich zwar nicht gewusst, ob ich so okay. Das ist ja Touristen-Meile. Ja. Dann ist alles auf Englisch. Ja, okay. Stimmt auch wieder. Sprintest du grad? Ja. Das klingt... Wenn du sprintest, schaut's aus, wie wenn's nen Stock im Arsch hättest und mal ganz dringend wohin musst. Genau so schaut das aus, weißt? Nicht Arme anheben oder so, sondern sehr entschieden stapfen. Ich muss jetzt ganz dringend aufs Klo. Genau so schaut das aus. Das ist nicht böse gemeint, aber es schaut wirklich so aus. Wow! Der hat was irgendwo in der Hand gehabt. Der hat gerade früher aufgestanden. Ich hab's grad gemerkt, das war aber vorher nicht so früh. Ich hab hier extra... erfolgreich in den Arsch getreten. Der hat gerade früher aufgestanden. Ja, ich hab's grad gemerkt, das war aber vorher nicht so früh. Ich hab da extra... erfolgreich in den Arsch getreten. Komm, stirb! Also... EI! Ach, greifisch... Voll fantastisch. Ich hab wieder nur los F gedruckt. Ja, macht die Gewohnheit, gell? Ich hab jetzt so lange das anderes Spiel gespielt. Ich weiß, ich weiß, jetzt warte mal... Ich glaub... Ja, das war's. Und er kann immer noch nicht zeitlich laufen, ich versteh's nicht. Ich versteh's echt nicht. Hat der dich gepackt? Gepackt, ja. Ja, ich hab's gesehen. Pass das, wenn der Bodenbelag, wo ich draufsteh, aufsteht und mich angreift. Wer mag das schon? So. Ah, da ist... Ja, genau, jetzt sind wir wieder vor dem Kino. Ist er, da ist er. Detailer finde ich immer nur stylisch, sowas brauche ich für den Horn. Ach, du meinst mir Kettensägen, Schauvel... Irgendwos. Das war's. Bleibling. Ja, genau. Und da drüben... Ja, ja, jetzt weiß ich wieder, wie immer. Boah, Schreier! Schreier! Ja, verdammt, ich hab mich wohl erwischt. Ja, aber halt ein kotzender Schreier, das finde ich super. Ja, ich mag mich nicht, ich hab's nicht toll. So. Was? Dann da über den Strom drüber. Mit Anlauf geht's. War doch nur einer. Haben wir denn nicht unten die das? Hey, Lapp, das kann durch die Wand laufen, hat man das gesehen? Wow. Wo bist du hier? Den hab ich jetzt gar nicht gesehen, der, der plötzlich hinter mir gestanden ist. Jawoll, wir sind auf dem Vorplatz. Was denn? Nix, ich räume da hinten noch auf. Ich hab jetzt da ein Fohnler geräumt, beziehungsweise tue ich immer noch. Und ich hab Munition gefunden. Da auf der Box. Auf der Box. Ja, ja, pass mal. Passt? Ja, alles okay. Na ja. Na ja, ich muss jetzt an der Stelle mal erwähnen, es ist jetzt knapp 20 Minuten später als vor circa 20 Minuten, ne? Deswegen werden wir wahrscheinlich das Konzert dann in der nächsten Folge mal uns anhören, anschauen und überleben hoffen wir es mal, oder? Genau, wir suchen dann in der nächsten Folge eine Musik-CD und versuchen dann hier einen auf Party zu machen. Wir suchen sie genau, die da, die vor mir. Ja. Die da vor dir liegt. Okay, na gut. Aber auf alle Bälle in der nächsten Folge dann Großkonzert zum Ablenken der Allgemeinheit. Es war meine Freude, dass ihr wieder mal 20 sinnlose Minuten mit uns verschwendet habt, weil ich Idiot in die falsche Richtung gelaufen bin. Ich gebe zu, es war meine Schuld. Muss ich jetzt ganz neidlos, da Lapis, die Schuld bewusst abnehmen, weil sie keine hat. Und das ist meine Glückwunsch. Ne, aber auf alle Bälle beim nächsten Mal dann eben Großkonzertspaß. Ich bin der Element, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao.